Und dem aufmerksamen Zuschauer wird aufgefallen sein, dass der Herr Wölfle hier die ganzen Sticker von seinem MacBook runtergemacht hat. Und dem aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass jedes Mal, wenn ich auf diese Tasten drücke, es wahnsinnig laut wird. Ja, wahrscheinlich filtert das Gate, ist alles weg. Ich mache das Gate für dich kurz auf und dann kannst du das demonstrieren. Furchtbar. Klingt angenehm. Nein, auf keinen Fall. Ja, ich habe einen Firmen-Laptop-Upgrade bekommen und zwar... Downgrade. Ja, das kommt ein bisschen auf die Sichtweise an. Und zwar hier auf eins dieser wundervollen... Dieser wundervollen... Ja, David, das ist laufend, dass ihr Bescheid wisst. 2019er. Nee, das müsste noch ein 2018er sein. Also es ist gerade nicht die ganz neue Variante. Das ist die, wo noch die Escape-Taste drauf ist. Genau, das hat eine Escape-Taste. Kein Touchbar. Kein Touchbar. Kein Touch-ID. 13 Zoll. Genau. Dual Kern. Wie viel Kern? Vier Kern. Ich sage Ihnen das gleich, weil ich kenne mich natürlich mega aus. Es hat... E7. Zwei Kerne, ja. Genau. Dual-Core E7. So. Muss ich gleich mal nachschauen. Ich glaube, mein Toaster oben hat mehr. Das könnte sein. Im Vergleich zu dem, was ich halt vorher hatte, ist das ein sehr großes Upgrade. Was hattest du vorher? Ich hatte vorher dieses 2015er, danke, MacBook Pro, das mit der vernünftigen Tastatur, aber das hatte halt ein i5 drin, 128 GB SSD und 8 GB RAM. Das hier. Genau. Sehr gut. Grundsätzlich ein sehr gutes Gerät. Also, das möchte ich gar nicht... Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Das war tatsächlich ein fantastisches Gerät für die, ähm... Für den Anwendungszweck, den ich hatte, eigentlich auch toll. Es sei denn, man muss halt jeden Tag Videocalls und gleichzeitig völlig überdimensionierte Web-Anwendungen, die einfach nur noch aus JavaScript-Hölle bestehen, benutzen. Da war dieses Ding einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. So, und wir hatten... Ich habe das hier schon mal erzählt. Wir hatten so das Problem, dass diese Rechner offensichtlich nicht gleichzeitig zwei Bildschirme betreiben, zwei externe Bildschirme betreiben können, weil sonst alles Amok läuft und Apple einfach nicht in der Lage ist, vernünftige Hardware zu bauen. Und deswegen wurden alle Geräte, alle Mitarbeiter, alle Entwickler bei uns, die halt ein Dual-Monitor-Setup fahren, durch die neuen Touchbar-Geräte abgegradet oder ausgetauscht, weil die Touchbar-Geräte eine bessere GPU drin haben. Ein bisschen besser zumindest. Und das reicht gerade so aus bei den meisten zumindest. So, und das heißt, wir haben plötzlich eimerweise von diesen Notebooks übrig und... Na, hat's dich erwischt. Nein, also, ich frage schon seit einem Jahr, ob ich ein anderes Notebook haben kann und es war halt bisher kein... Es wäre immer eins frei gewesen und ich habe dann immer gesagt, gib mal lieber den Entwicklern ein neueres, weil das mir wichtiger erschien, als dass ich jetzt hier meinen Business-Kasper-Scheiß irgendwie mehr mit mehr Kernen machen kann. Und jetzt waren sie halt sowieso frei. Ich bin jetzt seit über drei Jahren in der Firma. Das heißt, mein Notebook ist eh, das kannst du zum Fenster raus. Und jetzt habe ich dieses Notebook bekommen. Die Kollegen haben jetzt weniger Issues mit ihren Notebooks. Und wir haben jetzt dieses Notebook eingerichtet. Und das ist so ein Dreck. Es ist so ein harter Dreck. Ich weiß, also... Tastatur... Völlig glatte. Also, A, ich benutze fast immer nur ausschließlich eine externe Tastatur, ist mir also völlig egal. Die Entscheidungen, die zu diesem Notebook geführt haben, die sind mir einfach nicht nachvollziehbar. Also, auf diesem Display hier unten, da steht ein Wort drauf oder zwei Wörter und das ist ein Wort zu viel. Da steht MacBook Pro drauf. Das Pro gehört da nicht hin. Das ist kein Pro-Gerät. Auf gar keinen Fall. Also, das kann man einfach mal außen vor lassen. So, jetzt hat es zwei USB-C-Anschlüsse. Das ist okay. Da kann man Dinge mit... Ja, ist alles fein. Also, hier die rechte Seite, die sieht auch super clean aus. Da ist nur eine Kopfhörerbuchse. Genau, das ist wunderschön. Grundsätzlich ist das ja auch völlig in Ordnung. So, was machst du jetzt also? Ich habe jetzt also einen Arbeitsplatz. Wir wollen einen vernünftigen Datendurchsatz. Das heißt, wir benutzen nicht einen ausschließlichen WLAN in einem Office, wo 50 Leute arbeiten. So, dann habe ich einen externen Monitor, weil ich möchte nicht nur auf dem internen Monitor arbeiten. Dann habe ich eine externe Tastatur. Tatsächlich eine mit Kabel, weil wenn du sehr viele Leute an einem Ort bist, sind viele Bluetooth-Tastaturen so mittelgut. Ich habe also eine Kabeltastatur. Dann haben wir gleich noch was in der Sendung dazu. Ich habe, bin ich hier gespannt, ich habe, also ich habe eine Kabeltastatur. Ich habe eine Maus. Die hängt natürlich an einem USB-Tastatur dran. Was habe ich noch gesagt? Dann habe ich noch natürlich ganz wichtig mein MIDI-Board. Das könnte ich nicht arbeiten, wie wir sicher alle verstehen. Und tatsächlich war es das erste Mal. Das heißt, ich habe zwei USB-Anschlüsse, die ich in dieses Gerät reinstecken muss. Einen HDMI und Strom. Jetzt gucken wir noch mal kurz hier rein. Okay, das sind nur zwei USB-Anschlüsse. Das ist ja blöd. USB-C dazu noch. Was machst du also? Kein Problem. Da gibt es ja Docs für. Das sind teuer. Scheißegal. Geld spielt keine Rolle. Das klingt jetzt überheblich. Das spielt keine Rolle. Das verstehe ich schon. Wir haben im Büro jedes. Und ich unterstreiche, jedes USB-C-Doc, das es gibt. Jedes. Also angefangen von irgendwas von Belkin über irgendwas von Dodo Cool über irgendwas von Elgato. Also wirklich jedes. Weil wir haben am Anfang, als wir diese Display-Probleme hatten, haben wir getestet, ob es an diesen Docs liegt. Das lag nicht an den Docs. So, deswegen haben wir von jedem Doc mindestens eins im Büro. Wenn du unseren IT-Admin fragst, wie das aussieht und ihn zu irgendeinem Doc was fragst, der kann ja zu jedem Doc was sagen und schlägt sich bei jedem Doc die Hände über den Kopf zusammen. Sind die alle gleich kaputt oder ist jedes ein bisschen anders? Es ist jedes ein bisschen anders kaputt. Aber, und das Schlimme ist, das Hauptproblem sind aber nicht die Docs, sondern dieses Gerät. Jetzt habe ich also, was mir sehr gut gefällt, ist das Dodo Cool Doc. Weil das Dodo Cool Doc hat nicht nur den beschissensten Namen von allen, sondern es hat auch einen sehr, sehr schönen Formfaktor. Also wenn du, Timo kann das ja mal suchen, also er sei denn, wenn man das googelt, Dodo Cool USB-C-Doc. Das ist so ein ganz kleines Doc, das ist so groß wie zwei Streichholzschachtel oder drei Streichholzschachtel hintereinander, so ein bisschen länglich und hat direkt, ohne Kabel, und hat direkt zwei USB-C-Anschlüsse, die genauso weit voneinander entfernt sind, dass man dieses ganze Gerät an der Seite in das MacBook, ich sage extra nicht Pro, genau das ist es, in das MacBook Pro reinstecken kann. Ah, das da, okay. So, und plötzlich hast du eine Phalanx von, nicht vergessen, Dodo Cool, Cool Your Life. Ja, ganz genau, das ist sehr wichtig zu wissen. So, das ist sehr schön, weil man kann es mitnehmen, das hat halt USB-Ports dran, das hat also drei USB-3-Ports dran, das hat nochmal einen USB-C-Port dran, der nochmal ein richtiger USB-C-Port ist, das hat Kartenslots drin und eine HDMI. Also eigentlich ideal für mich, an der Stelle. So, erschließt du also an, das hatte ich jetzt zum Beispiel angeschlossen, da schließt du also an, dann sagst du deinem Rechner, hey Rechner, mach mal einen Neustart. Dann sagt der Rechner, alles klar, und startet nicht neu. Sondern da kommt dieser Spinner, der am Schluss zeigt, ich starte jetzt neu, es passiert aber nichts. Du ziehst dieses Doc ab, er startet neu. Da kann man natürlich sagen, das liegt sicher an einem Doc, probierst ein anderes Doc, selbes Problem. Dann denkst du dir, okay, das ist ein bisschen blöd, ziehst also das Doc ab, steckst es, dann fährt er runter, steckst es wieder ein, dann fährt er nicht mehr hoch. Oder du hast deinen Rechner aus, du hast dieses Doc dran, schaltest es ein, der Rechner fährt nicht hoch. Dann, ähm, äh, denkst du dir, okay, das kann ja nicht, das ist ein bisschen komisch. Steckst du dir das Doc auf, in dem Moment kommt der Apfel am Bildschirm und das Rechner fährt hoch. Dann haben wir gedacht, vielleicht ist ja der Rechner kaputt. Ich hatte ein Space Grey MacBook Pro vorher. dann hat der Admin gesagt ja, er hat bei dem schon eh mal so das Gefühl dass da irgendwas nicht ganz koscher ist lass mal mal tauschen habe ich also das helle bekommen, ich habe sehr lange geweint weil ich gesagt habe, ich hätte lieber gerne das Space Gray ähm stellt sich heraus, ist völlig egal welches Notebook du hast, solange du eins von diesen Docks anschließt fährt der Rechner nicht mehr hoch das ist jetzt ein sehr großes Luxusproblem weil alles was du tun musst ist dieses Dock abziehen und wieder anstecken oder bei denen die nur ein Kabel haben das Dock abstecken und wieder anstecken und dann fährt er auch hoch und jetzt kommen sicher, schreiben mir jetzt Leute ich habe das auch im Einsatz bei, ich habe aber kein Problem ich weiß nicht woran es liegt, ich habe jetzt ein Dock ich weiß leider nicht mehr wie es heißt das funktioniert, dieses Dock sieht aus wie ein ganz ganz kleiner Mac Pro es hat unten so eine Käsereibe hat so Füßchen hat ein Kabel raus, hat einen Ethernet-Port hat zwei USB-Ports, ich denke mir das nicht aus es ist wirklich ganz ganz albern und habt ihr das gesehen, wo jemand in eine echte Ikea-Käsereibe ein Raspberry Pi eingebaut hat sehr gut und so ähnlich ist dieses Ding und nur damit gehst das Problem an der Sache ist dass das Kabel von diesem Gerät du siehst es auf dem Foto was ich euch heute gepostet habe da sieht man dieses sieht man dieses Käse-Reiben-Dock das Blöde ist das Kabel ist so kurz dass man es ich habe normalerweise diesen Rechner auf so einem Stand liegen da kommt ein bisschen Luft dran der wird nicht so warm das geht nicht weil dann ist das Kabel zu kurz deswegen steht der Rechner jetzt zugeklappt auf dem Tisch damit das Kabel von diesem blöden Dock reicht und das ist das einzige Dock mit dem der Rechner hoch und runter fährt ich habe jetzt einen Kabelfahrhauer auf dem Schreibtisch der einfach nicht anzusehen ist und was Kabel angeht bin ich wirklich sehr 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 empfindlich das ist alles wahnsinnig schrecklich und ich hasse dieses Gerät jetzt schon das Problem ist es ist so viel schneller als mein altes Gerät weil ich könnte jetzt einfach am Montag hingehen und zum Atmen hingehen hier nimmst du das bitte wieder ich möchte das nicht das Problem ist ich möchte das weil das viel besser ist also viel schneller ist für das was ich jeden Tag machen muss als mein normaler Rechner ich hasse nur den Verhau auf meinem Schreibtisch den also ich habe es normalerweise immer viel Verhau auf dem Schreibtisch aber Kabel die nicht richtig gut verlegt sind so dass sie dass sie das geht das ist einfach das ärgert mich ja das kann ich auch überhaupt nicht sehen ja ist wirklich dass ich hier nicht jedes Mal schreiend rauslaufe ist wirklich ein Wunder aber vorher mit dem alten Notebook hattest du bestimmt auch viel Kabelsalat oder? nein eben nicht weil da müssen noch ganz viele reingesteckt werden nein zwei Stück da mussten zwei Kabel eingesteckt werden ich hatte was ich mir beim alten gekauft habe Moment ich habe da mal was vorbereitet ich habe gesagt was brauche ich ich brauche eine Tastatur ich brauche mein mein MIDI Board und ich brauche Ethernet und Strom so das geht natürlich nur mit zwei Kabeln bei dem alten das heißt ich habe ein MagSafe Kabel alles fein ich habe Bluetooth Kopfhörer alles fein und dann habe ich mir einen USB Hub gekauft der ein bisschen längeres Kabel hat und mit einem ohne Treiber ausgestatteten ähm Ethernet Anschluss hier kommt Gigabit den habe ich mir unter den unter den Stand klebt und das heißt es kam auf der Seite von dem Stand dieses Kabel raus das habe ich eingesteckt und das Stromkabel und sonst nichts und alles war immer fest mit diesem wunderbaren kleinen Kabel direkt USB 3 habe verbunden der ganz fantastisch ist weil er einfach funktioniert und auch das Ethernet einfach funktioniert also so wie es sein sollte das war sehr sehr toll kann ich halt jetzt auch wegschmeißen weil ne weißt du Bescheid ja so sieht es aus und von daher hatte ich vorher da sehr sehr wenige Kabel weil was da dazukommt ähm man könnte ja sagen ja warum ich hätte ja auch den Netzwerkadapter von Apple benutzen können der ist noch größerer Dreck gewesen als dieses Ding weil der Ethernet Adapter der Thunderbolt Ethernet Adapter von Apple wenn du den nicht mit äh während du einen Gummihuhn über die Schulter geworfen hast und den gesalzen hast in den Thunderbolt Port gesteckt hat dann hat er auch nicht funktioniert dann hat er keine Connection gehabt und dann musstest du nochmal das Kabel am Ding nachstecken und manchmal hattest du deine Connection ich hab mir aus dem App Store äh die Software ähm Ethernet Status gekauft das ist so eine ganz kleine App die einfach nur oben in der Menubar anzeigt ob du denn gerade Ethernet hast oder nicht weil es jedes Mal so ein Tanz war bis dieser und ich hab nur mehr als einen versucht weil wir haben ein paar von denen jeder jeder Rechner bei uns in der Firma hatte so einen so einen Dongle der lag halt bei mir einfach immer unterm Schreibtisch äh unterm Ding egal und Dreck einfach nur Dreck und das Schlimme an der Sache ist man könnte ja jetzt sagen hier Apple-Gehater was weiß ich was das Problem ist sie bauen weiterhin das beste Betriebssystem der Welt und sie bauen weiterhin sehr sehr eigentlich sehr sehr gute Hardware ähm aber halt nicht so wie wir das gewohnt sind und ich hätte gerne einfach ich hätte mal von der Heck in der Stimme ganz abgesprochen ich hätte eigentlich einfach gerne wieder Hardware die früher war ja alles besser die so einfach so so kompromisslos gut ist wie früher und ja dieses Notebook ist deutlich dünner als das alte das ist mir komplett egal das liegt die meiste Zeit auf meinem fucking Schreibtisch und der Moment wo es dünner ist das ist der Moment wo ich dieses Gerät nehme wo es wichtig ist dass es dünner ist das ist der wo ich es nehme in meine Tasche reinstecke und oben den Reißverschluss zumache und der Reißverschluss leichter zugeht das ist wurscht und wenn er ein bisschen schwerer zugeht so wie bisher ist das völlig okay weil das ist und Peak Design hat eine Garantie auf ihren fucking Reißverschluss und wenn er wieder kaputt geht tauschen sie mir diese Tasche aus ist mir also völlig egal es wäre also völlig fein wenn dieses Notebook ein bisschen dicker wäre und sie ein bisschen weniger den Verstand verloren hätten Love from Johnny ja es ist so schade weil es naja das sind es sind halt Kompromisse die also ich ich stimme dir ja prinzipiell zu aber es sind halt so Kompromisse da da fällt man dann vielleicht aus einer Zielgruppe raus also weil aber die Zielgruppe USB geht die ist doch recht groß nein da sind wir uns völlig einer Meinung und die Zielgruppe die Zielgruppe Tastatur ist nicht optimal die ist mir völlig egal die Tastatur die Zielgruppe ich kaufe mir ich kaufe mir ein Pro-Gerät und es steht Pro drauf ich möchte dass es ein Pro-Gerät ist das ist doch eine klar definierte Zielgruppe ja aber ist ja gelogen das wissen wir ja auch schon lang dass das halt kein Pro-Gerät ist nicht was halt schade also ich Dual Kern i7 was ist denn das ich ganz im Ernst Intel halt ich glaube ich glaube ich könnte mit dir das wenn ich nur diese Tastatur benutzen würde ich könnte völlig damit leben das ist ich hab das jetzt zwei Tage lang und ich hab mich dran gewöhnt ja aber sie ist halt in einer Woche dann kaputt wenn du sie benutzt ja gut besonders wenn ich sie benutze ja und dann ihr seid jetzt in der Firma habt ihr diesen Schrank voll mit diesen Dingern dann gehst du zum Admin so hier Neues bitte und dann und dann kopierst du den Scheiß einfach rüber und dann funktioniert danach nichts weißt du er hat einfach Migrationsassistent weißt du am Anfang hat er einen AirSync gemacht und das hat halt alles nicht geklappt dann haben wir einfach versucht das Ding mit Carbon Copy hat nicht geklappt dann hat er gesagt weißt du was am besten sind immer noch die Onboard Tools alten Rechner neuen Rechner per Thunderbolt verbunden und gesagt bitte klonen hier Migrationsassistent Migrationsassistent er klickt an bitte nur den User Bastian klonen was macht der Migrationsassistent klont den User Bastian und den User Administrator den hat er abgewählt ich hab's gesehen er hat dann so plötzlich zwei Administrator User auf dieser Kiste drauf und wisst ihr was dann hat er mir den Rechner gegeben und gesagt hier ich hab ihn rüber geklont dann kommt so das Login Window hoch drück ich auf meinen Benutzer gib mir ein Passwort ein und sagt er ne Passwort falsch und glaub mir ich kenne mein Passwort mein Passwort hat ein Y mit drin und hab mir gedacht ha weißt du Y Z anderes Keyboard Layout einfach das Y mit einem Z getauscht ne Passwort falsch hä dann Passwort nochmal eingegeben Passwort falsch ich so vielleicht braucht er jetzt an der Stelle mein iCloud Passwort aus irgendwelchen gib mir mal ein iCloud Passwort ein ne dann bootet er in den Admin rein macht User Wechsel geht auf meinen User ich geb das Passwort ein ah danke bin ich drin Passwort gewechselt mach einen Reboot beim ersten Reboot ich geb mein Passwort ein erbootet mach einen Reboot ich geb mein Passwort ein ne falsches Passwort erbootet wieder in den Admin ich geb wieder in den User rein sagt ja gib mal dein Passwort ein ich geb mein Passwort ein ja läuft wir machen wieder einen Passwortwechsel seitdem geht's ich musste also nur zwei Mal mein Passwort auf dasselbe Passwort ändern und seitdem komme ich wieder dauerhaft in meinen Rechner rein was genau ist denn da schiefgelaufen also da fällt dir doch nichts mehr ein oder dann also nächstes Ding dann will ich meine ich hab wir haben dann alles weggeworfen weil ich gesagt habe das ist alles scheiße hab also meine Keychain auch weggeworfen was ganz ganz schrecklich ist hab also heute meine Keychain versucht aber ihr habt die importiert in den Keychain Access und wollte sie haupt alles in die Logging Keychain übertragen nehm also markiere alle Einträge aus meiner importierten Keychain drags in die Logging Keychain und komm zu dem Fenster hoch hey Keychain Access möchte auf den Sohn zu zugreifen ist das okay dann gibst du ja dein Passwort an und sagst immer erlauben das hat er für jeden Eintrag in meiner Keychain gemacht für jeden fucking Eintrag hätte ich mein Passwort eingeben müssen ich hab's 40 mal gemacht dann hab ich gesagt ich scheiß drauf ich brauch meine Keychain nicht und hab sie weggeworfen es ist so frustrierend und es war mal so fantastisch klar das System ist größer geworden das System ist komplexer geworden auf der anderen Seite hab ich einen Rechner den hab ich hochgefahren und ich hab nur zwei Stunden gebraucht und der ging das könnte auch anders gehen das weiß ich aus Erfahrung die Leute sagen du bist so wütend dass du die ganze Zeit auf den Tisch rumhaust ja zu Recht dass ich dir jetzt hier einen Hypass reinstecken muss das tut mir sehr leid das ist furchtbar ne normale Joser weißt du so normale Menschen die jetzt nicht so Computerleut sind die 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 rennen ja wegen jeden von diesen 20 Problemen die du gerade geschildert hast in den Apple Store ja und machen da die Genius Bar dicht ja und geben das Ding zurück weil das kann doch das geht doch nicht das Problem ist natürlich der normale Benutzer der rennt da ja gar nicht rein also der hat weißt du der hat auch 10 Einträge in seiner Keychain das ist auch völlig egal der hat der hat so gut wie nichts da drauf installiert und weißt du und wenn du dann einen neuen Rechner bekommst der benutzt vielleicht nicht mit dem Migrationsassistenten weil der fährt seinen Rechner hoch lockt sich halt in Facebook ein und da ist die Sache auch erledigt also von daher ist das wahrscheinlich für den normalen Benutzer gar kein Problem und ähm also das ärgerliche ist halt dass das mich einen Tag Arbeit gekostet hat und dass das unseren Admin zwei Tage Arbeit gekostet hat und wir beide haben besseres zu tun als uns darum zu kümmern ist klar es ist sein Job aber sein Job ist halt nicht nur die Rechner jeder Person einzurichten dass die wieder arbeiten können besonders wenn wir wir machen halt wirklich keine Raketentechnik da ich vermute eins der Probleme ist dass unsere Benutzer also die Benutzer der Mitarbeiter auf diesen Rechnern keine Admin Benutzer sind und ich glaube das ist so ein Case der ist nicht geil getestet Nö wahrscheinlich eher nicht jetzt ich sag auch die User Verwaltung User Management auf dem iOS ist jetzt nicht an Top Priorität bei Apple Ja definitiv das ist schlecht und ich wir reden gleich noch ein bisschen drüber wie das wie das mit neueren Laptops dann aussehen könnte aber das ist schon schwierig Alex hat auch neulich gesagt hier hat sich doch jemand zu Wort gemeldet der hat gemeint naja wenn Apple jetzt nächstes Jahr eine neue Tastatur rausbringt dann arbeiten sie da seit zweieinhalb Jahren mit Hochdruck dran weißt du noch so ein Hardware Spezi hat da gemeint so schnell geht das alles nicht aber selbst Apple das riesen Monstrum dieser tonnenschwere Zug den muss man doch so ein bisschen mehr rumreißen können man kann doch nicht sagen wir lassen dieses Notebook jetzt seit 2016 so auf dem Markt so schlecht wie es ist mit so vielen Problemen und ändern erst 2020 was weil wir halt auf diesem Vierjahreszyklus sind naja naja du musst natürlich schon fairerweise sagen also nehmen wir mal das Beispiel Tastatur du sagst jetzt du stellst jetzt fest die Tastatur stinkt das ist gut das hätte man vorher man hätte sich wohl ausprobieren können und festgestellt das ist blöd man Kekse in der Nähe ist oh die Tastatur geht nicht mehr hätte man vorher merken können bevor man sie überhaupt das erste Mal eingebaut hat hat man nicht gemerkt so jetzt stellt sich also raus die die Tastatur geht nicht bei vielen Leuten und letztendlich läuft man ja wie in so einer in so einer Beziehung die in die Brüche geht durchläuft man so mehrere Phasen so ist die Denial Phase wo man sagt nein nein die Tastatur ist völlig in Ordnung ihr seid alle so blöde das richtig zu halten so und irgendwann kommt dann Apple auch mit ihrem Kopf an der Stelle an wo auch Tim guck mal einen Keks gegessen hat über der Tastatur und dann festgestellt hat meine geht schon wieder nicht mehr und dann sagt man vielleicht ist die Kacke so und jetzt machst du ja nicht sagst du okay wir bauen eine neue Tastatur dauert eine Woche sondern du sagst wir bauen eine neue Tastatur die muss irgendwie geiler sein als die alte weil auf die alte zurück ist schwierig also das kannst du halt nicht machen du musst also irgendwie nach vorne Innovation und jetzt musst du halt diese Tastatur bauen du musst sie testen du musst halt dann da musst du nochmal drüber iterieren weil du feststellst oh Kekse drüber essen ist immer noch eine saudumme Idee oder es tippt sich immer noch schlecht oder keine Ahnung irgendwas das dauert einfach und dann weißt du Hardware bauen dann baust du einen Prototypen dann probierst du es aus dann baust du nochmal einen Prototypen das dauert sehr lange alles Software bauen dauert schon lange ja da hängt ja mehr dran also ich meine du hast das lustig beschrieben und ich ich habe geschmunzelt aber die die Problematik war glaube ich echt eine lange Zeit einfach unklar woran das lag diese Krümel Lösung die ist es ja ist es ja letztendlich nicht also da da haben mehr Sachen reingespielt irgendwie Material irgendwie bricht nach so und so viel das war das war definitiv plop das war totaler Griff ins Klo rückblickend aber es ist halt nicht so irgendwie du hast sofort gemerkt woran es lag und du konntest sofort irgendwie das Ruder von diesem Riesenkreuz da rumreißen weil da hängt natürlich mehr da hängt natürlich das ganze Case Design worauf sie sehr stolz waren am Anfang dass sie halt sowas wie das MacBook 12 Zoll bauen konnten weil neue Tastatur weil dünner und so weiter da hängt das ganze Tooling dran dass du halt die die Maschinen baust die dann diese Tastaturen herstellen und so weiter und ich also ich glaube halt schon ähm dass das spät festgestellt oder später als man denkt festgestellt wurde oder als Problem so intern halt weitergeleitet wurde und gesagt hat okay jetzt machen wir werfen alles weg wir machen das neu also das zu dem Schritt kommst du irgendwann aber den machst du vielleicht auch nicht leichtfertig weil es wurden halt signifikant in diese Tastatur und das ganze Gehäusedesign investiert deswegen dass das dauert und bis du die ganzen Werkzeuge hergestellt hast und bis du die ganzen Produkte neu designt hast mit einer neuen Tastatur das ist halt das ist halt in den Apple Dimensionen ist das halt ist das halt wild und dann hast du natürlich und das ist immer immer die die Ausrede bei den Macs ist halt so dann hast du so ein dann hast du so in Anführungszeichen Produkt das ist schon wichtig ja das haben wir festgestellt auch Apple hat das festgestellt wichtig pro Zielgruppe sehr gut aber halt bringt nicht so viel Geld wie die anderen Geräte und dann hast du auch vielleicht nicht die höhere Priorität und das ist da kam viel zusammen und das war definitiv einfach echt so das war eine fiese Nummer und das Problem bei dieser ganzen Tastaturgeschichte ist halt es ist nicht nur die MacBooks die davon betroffen sind die Nutzer die verärgert sind sondern es hat einen Schatten auf mehr geworfen als nur irgendwo diese einzelnen Geräte sondern es hat sich halt jetzt irgendwie festgesetzt so irgendwie diesen MacBooks den kannst du da nicht mehr trauen und die Tastatur darfst du nicht kaufen und das ist nicht das Problem ist nicht mehr beschränkt es ist nicht mehr eingegrenzt sondern das hat sich jetzt verteilt im ganzen Körper und deswegen müssen sie davon weg und es scheint ja auch dann jetzt zu passieren dass sie halt die komplette Linie ab Herbst dann rumreißen mit den neuen Tastaturen und da bin ich mal gespannt also es wird ja überall geschrieben dass sie halt irgendwie zurückkehren aber das wird sicherlich nicht die alte Tastatur sein zu denen sie jetzt zurückkehren und dass nur also der alte Mechanismus da zum Einsatz kommen könnte das heißt noch lange nicht dass die dann problemfrei sind deswegen muss man echt gut abwarten was sie mit dem neuen Design machen weißt du wenn du nachdenkst so du hast jetzt irgendwie lang gewartet du fragst dich wie ist das mit deiner Beziehung du willst die Beziehung vielleicht noch kitten du denkst ja ich bringe vielleicht mal Blumen mit oder sowas aber die Frau schläft schon längst mit dem Postboten wie ist dein neuer Dell also da wollte ich tatsächlich gerade noch sagen ich habe jetzt einen Testrechner im Büro bekommen und zwar so ein Dell XPS Notebook das steht halt noch das ist einfach nur zum Ausprobieren das ist der Postbote genau das ist der Postbote so und das in der Zeit ich habe bei meinem Admin meinen alten Rechner gesagt hier übertrag mach einfach was du für richtig hältst solange du brauchst es mir wurscht ich benutze derweil irgendwie diesen Dell und das Schlimme ist der war erstaunlich gut also das Blöde ist ich komme mit Windows nicht zurecht viel davon hängt daran dass einfach Keyboard Shortcuts in meinem Rückenmark sind und ich andauernd in Windows irgendwelche Pains rein und raus schiebe die ich nicht öffnen will weil weil ich halt Dinge drücke wie ich glaube dass sie richtig sind und weißt du ich habe dieses das ist ein uralter Dell irgendwie das ist ein i5 mit 8 GB RAM das ist so wie dieses alte alte Ding das Problem an der Sache ist weißt du ich mache da da läuft halt Slack drauf und da läuft dann irgendwie mein Jira drauf und so weiter und so fort ich schließe den an der hat einen hat einen HDMI nein der hat einen USB-C Anschluss wo einfach nur HDMI rauskommt und USB-Anschlüsse ganz normale und einen Kartenleser und einen eigenen Stromanschluss und dieses und jenes und der ist dabei so dünn wie ein MacBook Air und das ist einfach tatsächlich ein sehr schönes Gerät auch der unten drunter eine Klappe hat die überhaupt keinen Sinn macht aber anderes Ding und das ist ein erstaunlich guter Rechner gewesen dafür dass es so eine olle Büchse ist also das Dümmste an der Sache ist der hat seine Webcam direkt unten unten auf der Höhe von dem Displayschein hier beste Nasenkamera der guckt ja immer die Nase rein das ist sehr besonders bei meiner Nase die hat dauernd geschwollen das ist einfach sehr gut und das hat sich so ein bisschen augenöffnend ich habe dann kurz darüber nachgedacht habe dann so ein bisschen mit dem Windows rum getweakt habe mir so ein, zwei Sachen installiert die ich auf dem Mac auch habe sowas wie in Alfred zum Beispiel ich werde damit nicht warm also ich habe ich habe wirklich versucht so alle positive Energie die man so hat so was anderes ist manchmal okay das funktioniert nicht also dieses ich werde mit diesem Betriebssystem nicht warm ja und es waren nur zwei Tage aber es hat sich so viel gesträubt und das war einfach nicht korrekt dass wir da nicht warm werden weil mir Dinge gefehlt haben wie dem auch sei also und das Schlimme ist möglicherweise ist der Postbote manchmal echt ein attraktiver Kerl und dann hast du halt ein Problem ja und der hat den Einschreiben eigenhändig und das verstehen sie ja und das Blöde ist und dann und dann ist es nicht nur der Postbote sondern und vielleicht kann ich da jetzt auf einer positiven Note für Apple wenigstens dieses dieses Segment beenden nämlich mit dem mit dem 400 Kilo DHL Zusteller den es noch gibt und der der kommt halt aus dem Hause Hackintosh und an der Stelle wir brauchen doch heute gar nicht so viel drüber reden aber falls ihr jetzt nicht live zuhört sondern hier zuhört macht kurz Pause geht auf YouTube und schaue euch das Video von der Kuchenblech Mafia an wenn ihr das gemacht habt versteht ihr auch dass ich sag ich bin da quasi fertig mit dem Hackintosh ich bin also ich bin quasi durch ich muss nur noch kurz das ist also wir verlinken das oder ich hab mich auch sehr amüsiert muss ich sagen also Hackintosh der ist quasi fertig also da muss ich jetzt wirklich nur noch so ein bisschen an dem Klofer es ist quasi der ist quasi fertig der läuft also quasi du bist jetzt an der Stelle wo auch der wo der Typ mit mit am Ende von diesem Kuchen Kuchenblech Video ist ja ihr fehlt die die Brechstange wir haben keine Brechstange deswegen und das Schöne ist ich sitze immer an diesem wenn ich mir wieder kurz Zeit nehme um mich um diesen Hackintosh zu kümmern ich sitze immer an und muss immer an dieses Video denken ich hab das das erste Mal vor weiß nicht zehn Jahren gewählt und es passt so oft und hier passt es einfach so perfekt also ganz im Ernst wenn ihr es noch nicht gesehen habt guckt euch jetzt das Video zur Kuchenblech Mafia an es ist es einfach wert dann macht diese ganze Hackintosh Geschichte noch viel lustiger aber von daher selbst dieser Tagaufwand der diesen Notebook steckt dass es funktioniert ist halt immer noch dann wenig im Vergleich aber und jetzt hier kommt die sehr positive Note wir haben einfach die besten Hörer ich hab ungefähr 400 Leute die gesagt haben ich hab das Wochenende Zeit wir schaffen das zusammen hier schreib mich mal auf Telegram an und ich hab da jetzt mal mindestens zwei Leute die sich offenbar auskennen und ich krieg das also ich bin quasi ich bin einer davon unter Synonym troll alles ganz schlechte Tipps geben der eine der eine heißt Dr.Bugfeinder auf Twitter ich meine was kann denn noch schief gehen es wird gut also ich glaube ich bin also der läuft quasi ich bin ja gespannt ob es irgendwie was was furchtbar kompliziertes ist weißt du irgendwie du hast falsche Revision von dem Board hast eh keine Chance gehabt oder ist es einfach nur irgendein ja also es ist tatsächlich also wenn einer der Hörer recht hat ist es tatsächlich ich hab eine zu neue Version das ist das das BIOS das BIOS drauf ähm wo es eine neue Funktion gibt die die so nicht funktioniert wo du was etwas esoterisches ausschalten musst im BIOS damit es funktioniert das hab ich bisher nicht ausgeschalten weil ich das nicht wusste weil alle anderen die das haben die haben ältere BIOS Revisionen also Versionen Softwareversionen auf dem auf dem BIOS drauf und ich hab halt die aktuellste Version da drauf ist vielleicht ein bisschen doof und das kann man downgraden kann man ist nicht schlimm weil man kann diese Funktionalität abschalten man muss es halt tun und das keine der Tutorials geht darauf ein weil alle der Tutorials mit einer älteren Version dieses dieses BIOS gemacht wurden ich ging natürlich jetzt auch nicht davon aus dass da irgendwas drin ist aber ja beste Hörer ja offensichtlich hat das jemand der hat sich ernsthaft diese ganzen Videos angeguckt der hat sich das wirklich angetan und dabei drauf geachtet was ich für eine BIOS Version hab und hat das dann überprüft ob das vielleicht der Fall sein könnte vielleicht ist das ist das die ist das der Halsbringer das tut mir wirklich sehr leid für dich hat es was mit RGB Lichtern zu tun das wäre das Beste das wäre so lustig wahrscheinlich musst du so einen RGB Light da drin anschließen das geht und es muss außen sichtbar sein also wie gesagt ich bin da quasi durch nur noch fertig mit der Brechstange und dann okay gut 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 das ich bin da